Privet Jensen Pornik, nee, Jane C. Pornik. Zweiter Tag, Tag 2, Podcast 2, was für ein Zufall. 2012. Wir wollen ja fast heiraten an dem Datum. Ja, wir sind heiratet. Wahnsinn. Und wir fahren nach Lone Wittmann. Mal gucken, was hier bei Hemming und so und so geht. Schöner Hubschrauber, wenn man den Hubschrauber fliegt, sieht er einfach dahinter. 30 Minuten. Das ist so ein Herbert-Frauber. Ich gefasst. Ich hab mich jetzt mal schön eingecremt danach. Und was versprichst du dir von der Tagzone? Ein bisschen mehr Sonne für mein Gesicht. Was sieht gerne auch so geplant bei uns? Oh, ui. Wahrscheinliches Album mit vielen Rock'n'Roll-Songs von The Cracker. Einen Titel kann ich vielleicht schon verraten. Spoiler Alert! Es geht um Kaffee. Schöner Hubschrauber. Übrigens, kann ich was sagen? Ja. Das geht an euch, Leute. Hi. Motorhead ist zweimal geiler als Minister Klöcker. Wer würde es glauben? Würde man sagen. Es sei noch nicht einmal Juli. Juli? Es ist gerade erst Ende März und es ist sehr heiß. Und dann hoffen wir mal, dass wir da... Sonne scheint. Ja. Und ähm, was kann man so oft aufwarten, wie du sagst das Jahr? Ja, so ein bisschen, ne? Rumfahren. Deutschland. Holland. Holland wieder. Da haben wir Glück und kommt nach England. Wer weiß es. England kommt auf jeden Fall hierher nach Bad Bergen in die... Oh, ist das eine gute Überleitung. Oh, Alter. Du bist da. Ja. Ja. England kommt nach Bad Bergen in die Schützenhalle. Die Caravans sind bestätigt. Als Headliner für das Mr. Cracker Jamboree. Wir sind in die Schützenhalle. Da werden unsere Schützenbrüder kommen. Alle, die es gegeben hat auf dieser Welt, sind willkommen. Das Weitere sind bestätigt Jensen Borne Casino. Ich meine natürlich Jensen Borne Casino. Die Band beinhaltet zwei russische Mitbürger und einen amerikanischen Mitbürger. Und das Tolle ist, dass Conny ja auch russisch kann. Und dann können sie sich so fühlen, als wäre es Russland. Ja. Das wird super. Dann gibt es auch noch wieder. Da muss noch mehr kommen. Also eine dritte Band. Mr. Cracker? Pfeffer aus Hamburg. Pfeffer. Wie ist das? Pfeffer Holstein. Aus Hamburg. Hamburg-Deutschland, oder? Hamburg-Deutschland. Da grüße ich immer an dieser Stelle Kumpel Thilo. So. So. Wir sind hier bei Helwig & Sohn. Was gibt es denn hier für fahne Sachen? Was gibt es denn hier für Marken? Marken gibt es hier. BMW seit mittlerweile über 35 Jahren. Kimco seit um die 5 Jahren. Busquadener und Triumph seit einem Jahr. Siehste? Hier kriegst du die geile Scheiße, wollte einer mal sagen. Ist das die geile Scheiße? Ja, definitiv. Und was mit den Japanern? Was sollen wir denn mit denen zu tun haben? Ja, stimmt allerdings. Kauft keiner mehr, meinst du? Nee. Ich sag euch, die Japaner kauft keiner mehr. Nee, die Japaner. Auf keinen Fall. Zumindest bei uns rechnen. Nee. Ich gib's ja auch nie. Einfach rechnen. Wir vertreten Qualität. Oh, jetzt hast du das gesagt. Alter Schwede, zeig uns das mal. Da musst du gleich alles zeigen. Wir haben Freunde auch in Japan, muss du wissen. Aber so einfach hier, kommst du nicht aus der Geschichte raus. Wir sind Hotel am Basketball. Hier. Die Plattform hat 12 Octane. Das Öl ist teuer geworden. Hier bei Hemming & Sohn ohne Riedmarschen. Da wird einiges geboten, oder Ali? Einiges geboten, Leute. Zum Beispiel, was wird hier geboten? Das sind diese Rentner-Bikes. Schauen wir, was man damit machen kann. Die sind getunt. Junge, mach'n Metal-Zeichnung, weil das so geil war. Mach'n Metal-Zeichnung. Metal? Ja. Random-Ball. Random-Ball-Zeichnung. Und was ist mit uns hier, Mr. Cracker? Wie war das für dich jetzt hier? Mr. Cracker ist definitiv die geilste Rockband, die ich jetzt live gehört habe. Ja, war. Fechtespitz. Hemming & Sohn. Motorradzentrum msfechte.de An mir. Ne, wir sind grad durch. Hast du nichts gehört, oder was? Ja, ich bin grad noch gekommen. Ach Mist. Wie hat's dir denn gefallen? Ja. 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 Ja.